Wie steht dieser eine bestimmte Mensch jetzt in diesem Moment zu dir? Das schaue ich mir jetzt an und in diesem Sinne, hello, hello, sunshine, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Sunny und du schaust bitte, wie du in Resonanz gehst. Nimm nur das mit aus der heutigen Legung, was für dich dienlich ist. Wie steht dein Gegenüber zu dir und an diesen Menschen denkst du jetzt mal bitte? Page der Schwerter und die Neun der Stäbe. Du hörst wahrscheinlich nicht so viel von diesem Menschen aktuell, denn er ist so auf Abstand gegangen. Mit den Pagen der Schwerter sehe ich auch Ungeklärtes zwischen euch beiden. Hier ist so ein Fragezeichen in Bezug auf dich. Man beobachtet dich aber sehr, sehr spannend. Also falls du denkst, dieser Mensch interessiert sich null für dich, das stimmt so nicht. Du kannst ihn nicht wirklich sehen in deinem Leben. Du nimmst ihn nicht wirklich wahr, aber beobachten tut er dich, allerdings aus der Ferne. Es kann auch sein, dass ihr tatsächlich sehr weit voneinander entfernt seid. Und die Fünf der Kelche. Es gibt hier etwas in Bezug auf die Vergangenheit, wo er sagt, die Vergangenheit mit euch beiden war schwierig. Sie war nämlich nie ganz stabil, kommt mir durch. Würde mich nicht wundern, wenn das hier eine Affäre war oder eine Freundschaft plus, was Lockeres. Also das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt eine feste Beziehung oder Ehe standgehalten hat. Man vermisst dich. Fünf der Kelche. Man vermisst dich. Aber was ist denn hier in der Vergangenheit passiert? Die vier der Stäbe, das war ein Treffen. Begegnungen, Dates, Abende, zu zweit, zusammen. Was sagt er zu diesen Dates? Ich sehe ein Problem. Mir kommt irgendein Problem rein. Vielleicht sind auch diese lockeren Dates das Problem. Vielleicht war nicht mehr drin, als sich locker für ein paar Stunden mal zu daten. Die Gerechtigkeit und ja, man kann nicht so handeln, wie man vielleicht gerne handeln würde, sagt dieser Mensch. Und diese paar Dates, das reicht irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, die Situation, wie ihr beide sie eigentlich verdienen würdet, damit das hier gerecht und fair läuft, da gibt es Schwierigkeiten in der Handlungsfähigkeit, sagt dieser Mensch. Ja, und mir kommt ein bisschen rein, so von wegen, und bevor da nicht irgendwie eine Möglichkeit ist oder bevor man das nicht vernünftig machen kann, macht man gar nichts. Verborgene Antworten. Erzähl mir mehr über dich und diesen Menschen. Wie steht er zu dir? Funkstille. Was habe ich gesagt? Nicht erreichbar, offline, vielleicht wurde auch geghostet. Vielleicht wurde die Nummer gelöscht, man wurde geblockt. Also je nachdem, muss nicht ganz so kritisch sein, aber hier ist eine Funkstille und da kommt rein, was ich gerade gesagt habe. Man ist sich sehr unsicher, ob man zum Hörer, zum Telefon greifen sollte, um sich zu melden bei dir. Habe ich nicht genau das gerade gesagt? Hä? Hier ist dieses Interesse an dir. Man beobachtet dich. Man verfolgt dich vielleicht auch online, über Freunde, wie auch immer. Aber ich höre nichts Halbes, nichts Ganzes. In der Vergangenheit hattet ihr was Halbes, ja. Aber was Ganzes ist nicht möglich. Und man ist hier echt am Überlegen. Belassen war es jetzt bei diesem Zero, bei Null, wie es gerade ist? Oder sollte ich doch nochmal zum Hörer greifen und mich melden? Wow, hier ist so eine Fifty-Fifty-Energie, was mir hier reinkommt, ja. Und dieser Mensch ist sich nicht sicher, würde das vielleicht in der Zukunft klappen mit euch beiden. Denn, schau mal, was hier unterm Deck liegt. Die Liebe. Ich denke an dich. Ich denke an dich und deswegen überlege ich ab und an mal, ob ich zum Telefon greife. Ob da jetzt ein Anruf kommt oder man eine WhatsApp schreiben möchte oder eine E-Mail. Das ist völlig egal, ja. Du bist mir wichtig. Du bist mir nicht egal. Interesse habe ich auch noch. Ich vermisse dich auch mit den Fünfter-Kellchen. Jetzt, wo wir keinen Kontakt mehr haben. Und uns geghostet haben gegenseitig, ja. Was noch? Wie steht dieser Mensch zu dir jetzt, in diesem Moment? Was habe ich gesagt, Mädels? Affäre. Aktuell wäre nur eine Affäre möglich. Deswegen meldet sich dieser Mensch nicht. Dieser Mensch kann dir quasi nicht das anbieten, was man gerne anbieten würde. Oder was du vielleicht auch erwarten würdest. Je nachdem, wie bei euch die Situation ist. Da müsst ihr immer reinschauen. Ist ja eine allgemeine Legung. Aber jetzt gerade wäre mal wieder nur eine Affäre möglich. Vielleicht müsstet ihr dafür sogar fremdgehen. Vielleicht müsstet ihr dafür betrügen. Irgendwie wäre das hier jetzt wieder eine heimliche Geschichte, wie damals schon mal. Ich sehe nämlich damals Treffen mit den vier der Stäben. Und das sind so Treffen, die dauern so ein paar Stunden an. Vielleicht auch eine Nacht, aber meistens ist das sowas, man fährt danach wieder nach Hause, man geht wieder getrennte Wege danach. Man hat irgendwie was Heimliches. Das kommt mir rein. Hier ist eine eingeschränkte Handlungsfähigkeit. Also man könnte sagen, dieser Mensch handelt nicht, weil die optimale Handlung nicht möglich ist. Guck mal hier, da zeigt sich doch echt noch der Player unterm Deck. Ja, das ist vielleicht auch ein Mensch, der gut und gerne mal eine Affäre hat. Ja, der da vielleicht sogar ein Freund von ist. Vielleicht ist es jemand, der gerne noch Single ist, noch gerne rumtollt, ja, und sich noch gar nicht binden möchte. Vielleicht ist er aber auch einfach von seiner Art, von seinem Wesen so ein bisschen wie so ein Player. Ja. Okay. Ja, hier wird verdrängt, definitiv, in dieser Verbindung. Emotionen, diese Liebesemotionen werden quasi nicht zugelassen. Vielleicht müsst ihr sie ja sogar verdrängen, weil eure Situation das erfordert. Meinetwegen hast du es hier mit einem verheirateten Ehemann zu tun, der dich heimlich liebt. Das aber alles schön schmerzhaft, ne. Man sieht hier am Panzer, ne, da klebt es noch. Schön schmerzhaft verdrängt, weil er eben bei seiner Ehefrau ist. Mit den zwei Kindern und dem Haus. Hier, das ist definitiv für viele auch eine Dreierkonstellation, über die wir heute sprechen. Hier sind Liebesgefühle im Spiel, aber wie gesagt, ihr hattet im Grunde nie was ganz Stabiles. Das war immer so ein Ding, jederzeit konnte hier der Stock wieder brechen. Bedeutet, jederzeit konnte der Kontakt zwischen euch wieder abbrechen. Ja. Dann habt ihr vielleicht wieder geschrieben. Dann habt ihr euch wieder geghostet. Dann habt ihr mal wieder on, off, ne, hü und hot. Sowas kommt mir hier rein. Er vermisst dich aber. Tell her you love her. Bedeutet, sag ihr, du liebst sie. Hm. Hm, das hat er noch nie getan. Oder er hat es getan und ist dann wieder weg gewesen. Was will er dir denn hier vielleicht sagen? Für eine Botschaft von ihm nehmen wir das wunderschöne Deck verborgene Geständnisse. Was möchte er dir hier vielleicht sagen? In genau diesem Moment. Jetzt, wo du das Video schaust. Völlig egal, wie alt das Video ist. Jetzt. Denk an ihn. Was will er dir sagen? Denn eine Botschaft von ihm. In diesem Moment. Abonniert auch gerne meinen Kanal für tägliche Botschaften. Das ist kostenlos. Was will er dir sagen? Ja, ich wusste es. Die eine. Du bist die eine. Die eine oder keine. Ich komme einfach nicht über dich hinweg. Ja, ich verdränge fleißig diese Liebesgefühle, die ich für dich habe. Die sind da unter meinem Panzer. Eis an, wie ich tue. Ja, eiskalt melde ich mich nicht bei dir. Wirke so, als wäre mir alles egal. Aber weißt du was? Unter diesem harten, kalten Panzer. Ja, da stecken ganz schön viele Emotionen. Und nicht irgendwelche. Sondern Liebe. Und weil ich dich liebe, komme ich nicht über dich hinweg. Ich denke so oft an die Vergangenheit. An das, was da den Bach runtergegangen ist. Ja, unser Kelch ist umgekippt. Ja, der Kontakt hat sich im Sande verlaufen. Es hat nicht funktioniert mit dem Kelch. Aber da hinten, siehst du das? Hinter mir, da steht noch ein voller Kelch. Der ist noch voller Liebe. Ich habe dich nicht vergessen. Mit meinen Gedanken und meinen Emotionen und Gefühlen bin ich noch in der Vergangenheit. Bei dem, was geschehen ist. Ich habe mich noch nicht da hinten auf diesen neuen Weg konzentriert. Bin einfach weitergegangen und denke nicht mehr an dich. Nein. Im Gegenteil. Man könnte meinen, ich traue dir nach. Gelebte Liebe Damals haben wir unsere Liebe nicht gelebt. Eine Affäre ist was Heimliches. Die Welt weiß nichts davon. Jetzt, in diesem Moment, sind wir angekommen. Im Hier und Jetzt. Unsere gemeinsame Zeit beginnt jetzt. Ich liebe dich. Und werde immer an deiner Seite sein. Ich würde mir so wünschen, an deiner Seite zu sein. Ich würde mir so wünschen, dass ich diese Gefühle, die ich für dich habe, nicht verdrängen müsste. Das tue ich aber. Jetzt fragst du dich, ja, dann verdräng sie doch halt nicht. Dann stehe doch halt dazu. Das ist nur leider nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Ich werde ja meine Gründe dafür haben, warum ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Ich werde ja einen Grund haben, warum ich mich hinter diesen Zaun verzogen habe. Warum ich diese Grenze zwischen uns gezogen habe. Da werde ich einen Grund für haben. Ich werde auch einen Grund dafür haben, warum ich den Kontakt abgebrochen habe. Ja. Warum es hier gerade absolut keinen Kontakt zwischen uns gibt, dafür habe ich ja auch einen Grund. Warum ich das alles in mich hineinfresse und nicht mit dir bespreche, dafür habe ich auch einen Grund. Ich würde mir wünschen, dass wir das hier leben könnten. Was ist denn der Grund, dass wir ihn nicht leben? Die Arbeit spielt eine große Rolle. Finanzielle Themen, Verträge spielen eine große Rolle in meinem Leben. Meine Karriere, mein Ruf auf der Arbeit, mein Dasein, weil ich vielleicht auch der Chef bin oder hoch hinaus möchte. Deine Arbeit spielt vielleicht eine Rolle. Vielleicht gefällt sie mir nicht. Was ist der Grund dafür, dass ich hier den eiskalten Ritter spiele und diese Liebe nicht zulasse? König der Kelche, oh mein Gott. Der König der Kelche ist der Mann im Tarot, der liebt. Im Grunde ist das hier genau das Gegenteil. Vielleicht bin ich schon in einer Beziehung, in der ich meine Gefühle lebe. Vielleicht bin ich schon in einer Beziehung, also mit einer Frau, der ich diese Gefühle zuwende. Und deswegen muss ich die Gefühle für dich verdrängen. Weil ich kann ja nicht zwei Menschen gleichzeitig Gefühle übermitteln. Zumindest macht man das nicht so im Westen. Ja, jemand anderes bekommt schon diese Gefühle. Deswegen muss ich die für dich parken, in mir. Und glaub mir, das ist nicht so leicht. Was könnte die Situation denn ändern hier? Was könnte die Situation ändern, dass zum Beispiel der Panzer fallen gelassen wird? Das ist sehr schwierig. Die 5 der Stäbe ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die man nicht annehmen möchte mit dem Ritter der Schwerter. Hier ist eine ganz eilige, stressige, hektische Energie. Diese Karte will sich zeigen. Ja, da ist so viel offen zwischen uns. Da ist so viel Ungesagtes. Und ich renne davor weg. Es gibt da diese Problemchen zwischen uns. Und ich bin irgendwie nicht bereit, nicht offen, mich dem zu stellen. Zum Beispiel ist da noch dieses Gespräch, was wir führen müssten. Dieses Thema, wo wir uns nicht einig sind. Und statt mit dir darüber zu sprechen und eine Lösung zu finden, bin ich einfach weggerannt. Und somit habe ich diese offenen Fragen hinterlassen. Ich bin nicht bereit, diesen Clinch, diesen Konflikt, der zwischen uns ist, zu klären, anzugehen. Mich dem zu stellen, ist vielmehr das Problem. Hier ist ein Problem und dem will ich mich nicht stellen. Zum Beispiel haben wir einen Altersunterschied von 30 Jahren und ich habe Angst, was meine Freunde dazu sagen. Da ist also dieses Problem und ich renne davor weg. Weil ich das nicht mit dir klären kann, weil ich Schiss habe, leiden auch wir darunter. Ich weiß, vieles geht von mir aus. Ich habe hier den Schalter in der Hand quasi. Ich bin hier derjenige, der alles verändern könnte zwischen uns beiden. Und ich bin auch der, der es nicht tut. Wie stehe ich zu dir? Ich bin überfordert mit dieser Situation. Ich bin völligst überfordert mit dem, was ich dir jetzt gerade mitgeteilt habe. Auf der einen Seite ist da diese Liebe, dieses Gefühl für dich. Und auf der anderen Seite ist da diese Angst, dieses Problemchen, was wir halt in unserer Verbindung haben, zu klären. Und ich bin überfordert. Das ist mir irgendwie alles zu viel. Mich erdrückt das. Mich belastet das. Ich habe da keine Kraft für. Und deswegen blockiere ich dich. Deswegen schiebe ich dich ganz bewusst weg. Weil mit dir schiebe ich auch das Problem weg. Mit dir schiebe ich aber nicht nur das Problem weg, sondern halt auch dich und die Liebe, die ich für dich habe. Merkst du, was ich für einen Zwiespalt lebe? Glaub mal nicht nur, weil wir uns so lange nicht gesehen haben, dass diese Gefühle hier sich einfach so in Luft aufgelöst haben. Nein, die sind einfach nur geparkt hinter einer dicken Mauer. Das ist das, was du siehst hier. Hm, toll, eine Mauer. Hat er sich schön in den Rückzug begeben, ne? Super. Er blockt völligst ab. Und das ist das, was sich dahinter verbirgt. Und dahinter verbirgt sich jemand, der komplett überfordert ist und eigentlich absäuft. Tja, was machen wir bloß, hm? Wie oft habe ich mir schon die Birne zerbrochen über dich? Habe mir alte Nachrichten durchgelesen. Und ja, ich spüre einen Verlust, wenn du nicht da bist. Ja, ich spüre den Verlust. Was machen wir bloß? Was soll ich mit dir bloß anstellen? Ah, pardon. Safe Place. Bei dir fühlt sich mein inneres Kind sicher. Du bist für mich so kostbar als Mensch, weil du was ganz Besonderes an dir hast. Was ich dir schon immer sagen wollte, ist, in deiner Nähe fühle ich mich wirklich wie ich selbst. Es ist total seltsam, auch wenn wir uns noch nicht so lange kennen. Es ist so, als würden wir uns lange kennen. Und es ist so seltsam. Ich habe so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt. Und ich habe gute Freunde und ich habe auch eine Familie und alles. Aber keiner dieser Leute, ja, nimmt mich so, wie ich bin, wie du es tust. Du nimmst mich an. Ich habe das Gefühl, bei dir kann ich in einer zerrissenen Jogginghose stehen und du judgst mich nicht. Du beurteilst mich nicht. Selbst in den komischsten, schlimmsten, schlechtesten Momenten habe ich bei dir nicht das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen oder erklären, sondern du bist da und du akzeptierst mich. Und das liebe ich. Ich liebe es, wer ich sein kann, wenn ich bei dir bin. Und das sollst du wissen. Leidenschaft. Die verbinde ich mit dir. Leidenschaft. Du und ich. Das ist wie Magie. Das ist wie ein Zauber. Das ist ein Knistern ohne Worte. Und deswegen komme ich nicht von dir los. Mit dir. Das ist alles so besonders. Ich komme einfach nicht über dich hinweg. Ich komme einfach nicht von dir los. Ich komme nicht von dir weg. Verstehst du das? Warum schaust du heute dieses Video hier bei Sunny? Weil du Informationen über mich haben wolltest. Weil du an mich gedacht hast. Glaubst du mir geht es anders? Wir haben zwar keinen Kontakt. Und ja, hier ist eine dicke Mauer zwischen uns. Weil ich das so entschieden habe. Aber natürlich denke ich auch an dich. Genau wie du an mich. Ich komme nicht von dir los. Wie oft habe ich schon beschlossen, dich zu vergessen? Oder mir vorgenommen, dich zu vergessen? Wie oft habe ich schon Sachen von dir gelöscht oder weggeschmissen? Wie oft habe ich schon gesagt, so und jetzt konzentriere ich mich auf meine Beziehung. Jetzt gucke ich nach vorne. Jetzt mache ich mein Leben. Blablabla. Und dann kommt irgendwann dieser Tag X, wo du wieder in meinem Kopf bist. Ich komme nicht über dich hinweg. Die fünfte Kelche. Ich komme nicht über dich hinweg. Da sind immer noch Gefühle hinter meinem Rücken, die ich verstecke. Weil es schon mehrmals nicht geklappt hat mit uns. Ja? Vier. Vier Anläufe könnte es schon gegeben haben zwischen uns. Ich möchte dir gerne so viel bieten. Aber ich bin kein Superheld. Ich bin leider nicht der hier. Ja? Ich würde dir gerne so viel bieten. Viel mehr als nur diese Affäre. Aber mich hindert vieles daran. Und deswegen blieb es immer nur bei diesen Treffen, bei diesem Lockeren, nennen wir es jetzt einfach mal, zwischen uns. Weißt du was? Eine Reise mit dir. Das wünsche ich mir. Jetzt eine Reise mit dir. Das wär's. Nur du und ich. Ganz alleine. Wieder ein paar schöne Stunden zu zweit mit dir. Wie damals. Ich sag dir eine Sache. Mit dir die Stunden zu zweit. Und das war einfach Lebenslust pur. Lebenslust am Stil. Einfach so lecker. Diese Zeit mit dir. So kostbar. Ich erinnere mich da so gerne dran. Ob wir geschrieben haben bei WhatsApp. Die Gespräche mit dir. Oder auch, wenn wir uns getroffen haben. Das war einfach immer nur Joy. Pure Lebenslust. Ich hab das so genossen. Ich hab das so genossen. Und du denkst, ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Ja, und verdräng das alles. Aber wenn du wüsstest, dass ich diese Gefühle für dich schon so lange verdränge. Das tut manchmal schon weh. Das ist richtig anstrengend, das zu verdrängen. Jetzt in diesem Moment. Jetzt in diesem Moment. Ja, auch wenn wir räumlich getrennt sind, unsere Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit. Wir werden uns nicht vermissen. Jetzt gerade über dieses Video sprechen wir. Ich hab dich energetisch dazu gebracht, dieses Video anzuklicken von Sunny. Damit du hier jetzt meine Botschaft hörst. Abonnier auch gerne für weitere Botschaften in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten. Je nachdem, wie lange wir noch räumlich getrennt sind. Bei uns, ja, ist gerade Funkstille. Ja, hier ist eine dicke Mauer, eine dicke Grenze zwischen uns. Und ich hab dennoch Interesse und beobachte dich. Auch hinter der Mauer. Auch wenn wir diese Zweisamkeit gerade nicht haben. Ja, wir sind connected. Und ich wette, du spürst mich genau, wie ich dich spüre. Genau so, wie ich dich nicht vergessen kann. Genau so, wie ich über dich nicht hinwegkomme. Wirst du wahrscheinlich auch nicht über mich hinwegkommen. Nur, frag mich nicht warum. Mich dem Ganzen zu stellen, was du mitbringst. Das fällt mir so schwer. Das fällt mir so schwer. Ich wünsch mir das ja mit dir. Aber mich diesem Problem oder diesem Problemchen, diesen Hindernissen, Hürden mit dir zu stellen. Du weißt vielleicht, wovon ich rede. Ich hab Schiss vor etwas. Aber Liebe findet ja bekanntlich immer einen Weg, heißt es. Jetzt, in diesem Moment. Jetzt, in diesem Moment. Die Feu. Jetzt, in diesem Moment, priorisiere ich Wohlstand. Finanziellen Reichtum. Gesellschaftsdenken. Meinungen anderer. Mein Leben, meine Karriere. Und nicht die Liebe. Mit der Algis ist unsere Verbindung aber geschützt. Und die Algis bringt immer das gute Gelingen mit. Gutes Gelingen. Wie sind denn die Tendenzen? Du und ich in der nächsten Zeit. Du und ich in der nächsten Zeit. Welche Tendenzen sehe ich? Einschränkung. Es bleibt erst mal, wie es ist. Mir sind die Hände gebunden. Mir sind die Hände gebunden. Mann. Mir sind die Hände gebunden. Ich bin richtig traurig, während ich das sage. Ich weiß, du willst es auch nicht hören. Ich weiß, du denkst, das sind Ausreden. Ich weiß, du denkst, ja, ich könnte mich dem stellen. Aber meine Hände sind gebunden. Ich bin gerade nicht bereit, die Wahrheit zu sehen. Geschweige denn, diese Wahrheit zu leben. Ja, das ist ja meine Situation. Ich verdränge diese Liebesgefühle für dich. Quasi bin ich heimlich in dich verliebt. Und das schon so, so lange. Und ich bin nicht bereit, mit den Acht der Schwertern ja, meine Wahrheit auszusprechen. Ich halte mir den Hals zu. Ich schlucke die Worte runter. Ich verdränge. Ich bin nicht bereit, zu handeln. Ich verdränge. Ich bin nicht bereit, meine Wahrheit zu sehen. Ich verdränge. Weiterhin. Die Acht der Schwerter steht für die Verdrängung im Tarot. Und ich bin die Verdrängung pur. Quasi in Person. Die Gefühle, die ich wahrhaftig für dich habe, verdränge ich. Deswegen, weil ich damals schon nicht bereit war, sie offiziell mit dir zu leben, war das mit uns eben nur eine Affäre. Eine Freundschaft plus. Was Heimliches. Was Lockeres. Ich spiele sehr oft mit dem Gedanken, diese Liebe mit dir zu leben. Nur bin ich bis jetzt halt vor dieser Option weggelaufen. Und die Tendenz ist auch so, dass sie erstmal so bleibt. Es könnten vier Personen oder vier Umstände, vier Gründe dafür vorhanden sein, warum ich weglaufe vor dieser Option mit dir. So stehe ich zu dir. Das habe ich vielleicht hier in diesem Moment noch zu sagen. Eine Botschaft noch. Eine Energie in deine Richtung. Eine sehr ehrliche Botschaft. Eine Botschaft, die vielleicht auch unangenehm ist. Eine Botschaft, die man nur ungern hört. Es sei denn, man ist bereit für die Wahrheit. Und ich wiederhole mich in diesem Moment. Da hast du es noch mal. Grün auf schwarz. Ghosted. Ich habe dich geghostet. Ich habe den Kontakt zu dir abgebrochen. Funkstille. Ja. Ich habe eine dicke, fette Mauer erzeugt zwischen uns beiden. Ich bin quasi weggerannt und habe dann den Kontakt abgebrochen, weil ich keinen Bock auf Konfrontation hatte. Weil ich keinen Bock habe, mich dieser Herausforderung, hier ist sie, zu stellen. Ich bin überfordert. Ich bin so überfordert mit dir und der Situation, dass ich einem Gespräch mit dir konsequent aus dem Weg gehe. Ich meide quasi, könnte man sagen, ein klärendes Gespräch mit dir. Ja, aus diesem Grund. Ich muss selber schlucken, wenn ich das sage. Und du kannst mir diese Angst nicht nehmen. Und ich weiß eigentlich auch, ich bin ja nicht doof, ich bräuchte keine Angst haben. Aber das ist doch größer für mich, als ja, man vielleicht annimmt. Ich wäre so, ey, du musst denken, ich bin bescheuert. Ich wäre so gerne mit dir. Ich wäre so gerne mit dir zu zweit und diese Liebe und ich würde dir gerne leben und mehr Zeit mit dir verbringen und so. Aber da ist diese Sache zwischen uns beiden. Wie gesagt, Chef und Angestellte. Oder 30 Jahre Unterschied. Oder gleichgeschlechtlich. Ich habe Angst, was die Gesellschaft sagt. Oder aber dein Job passt nicht in meine Familie rein. Ja, meine Eltern würden sagen, oh Gott. Oder ne, also es gibt da dieses eine Ding, vor dem ich mich sehr scheue, was dich anbelangt. Dich und mich. Und das, obwohl ich so viel für dich fühle. Vielleicht ist es auch die Angst, mich zu trennen von meiner Ehefrau. Was auch immer es ist. Du sollst wissen, den Kontakt zu dir habe ich ganz bewusst geblockt. Ja, abgewehrt, damit ich halt das nicht mit dir klären muss, damit ich dir das nicht erzählen muss, damit ich nicht mit dir sprechen muss. Und vielleicht schicke ich dir genau deswegen heute diese Botschaft über Sunny, damit sie für mich spricht. Denn an der Liebe zu dir liegt es nicht. Botschaft Ende. Meine Lieben, Team Sunshine. Ich bin wieder da, die Sunny. Diese Botschaft war für ganz, ganz bestimmte Seelen bestimmt und du wirst merken, wenn sie für dich war. Ihr könnt ja mal ein rotes Herz kommentieren, wenn das der Fall ist. Und liked auf jeden Fall braucht das Video. Damit claimt ihr immer die Energie. Und ansonsten, wenn ihr möchtet, sehen wir uns auch morgen wieder zu neuen Legungen. Und dafür abonniert gern meinen Kanal. Ansonsten, wenn ihr meine private Legungen braucht, die könnt ihr immer jederzeit buchen auf lovelysun.de. Entweder eine Zwei-Fragen-Legung oder auch ein großes, ausführliches Seelenpartner-Orakel, was ich euch dann lege und als Video zuschicke. Meine Lieben, in jedem Falle bin ich gedanklich und energetisch bei euch. Ich hab euch lieb, meine Lieben. Macht's gut und niemals vergessen, Mädels, ganz genau, always smile and shine.